Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Glutho-Folge. Heute, vielleicht ohne Klingeln, dafür mit mehr Mauns. Wir sind sehr gespannt und ihr habt euch gewünscht, dass wir im Vorfeld diese Vorbereitungen nochmal mitnehmen, im Sinne von Gästeliste checken und schauen, was wir dann hier im Folgenden auswählen. Wir haben also die Quest bei TML angenommen, gucken uns dann hier die Gästeliste mal an, nehmen die dann auch im Folgenden gleich mit und ich habe das allererste Mal Lady Mondbeere dabei, bin ich sehr gespannt, wichtig also schmuddelig und leger, das haben so gut wie alle irgendwie dabei, entspannt und aufregend, das wäre noch so ein möglicher Zusatz, aber wenn wir ja einfach locker, leger und schmuddelig sind, dann wird das glaube ich ein guter Hof. Mal schauen, ob sich das in den Belohnungen wiederfinden lässt oder ob das einfach wieder ein Haufen World Buffs und Kacke werden. Schauen wir mal bei cool vorbei, wir haben hier förmlich und bescheiden, sauber und sicher, aufregend, dekadent, das bringt es irgendwie alles nicht so richtig, ne, dann nehmen wir hier den verschütteten Kelch als Band, dann nehmen wir wenigstens diesen aufregenden Affix mit, dann schauen wir bei unserem Wachhauptmann, da haben wir schmuddelig und leger, die maldraxische Armee, na hallo, das sind aber sowas von unsere, besser geht es ja fast gar nicht mehr und wir wissen, wir gucken immer, was haben unsere Gäste gemeinsam oder was zieht am wenigsten runter und dann versuchen wir das alles irgendwie in Einklang zu bringen. Beim Essen haben wir entspannt und förmlich, schmuddelig, dekadent oder gefährlich, bescheiden, ja hier wieder schmuddelig, das ist toll, das mögen alle, wir haben ja auch unseren Merryless dabei, den haben wir ja auch im Shadowlands Let's Play genauestens kennengelernt, der steht ja sowieso ganz gern neben sich, ne, deswegen auch kein Wunder, dass er als solchen Mischer dann gerne mal im Schlamm spielt und wir haben hier unsere Deko, sauber, gefährlich, entspannt, leger, sicher und aufregend, hm, dann könnten wir hier auch wieder das Legere nehmen, denn der Rest ist, meine ich, eher uninteressant, dann nehmen wir entspannt und leger, jawohl, wobei, wobei wir nochmal schauen müssen, entspannt ist ja die Aufregungsstufe, das heißt, das ist wieder gegen unsere Lady Mondbeere, hm, das ist natürlich dann unangenehm, dann würde ich fast sagen, wir nehmen lieber Aufregend mit, ah, da müssen wir jetzt überlegen, ein Stück weit, ja, wir nehmen Aufregend mit, weil Lady Mondbeere als ultimativer Gast Nummer 4, den wir ja auch relativ spät freischalten im Rahmen von Gluthof-Aufwertungen und so weiter, die kann den geilsten Loot haben, bilde ich mir zumindest ein und deswegen sage ich mal, die kriegt nochmal so einen Extra-Bonus und über unsere Profis, auf die wir jetzt ja gleich nochmal zugreifen können, können wir das ja auch nochmal pushen. Gut, eröffnet den Gluthof, wir beginnen das Szenario, haben alles richtig eingestellt, hoffe ich zumindest, dass da ist noch irgendwie ein Kreis, ja, für die Packthalle unter uns, dann legen wir los, haben auch unsere Reserve noch irgendwo, die habe ich nicht verbraucht, meines Wissens nach, ihr müsst dann nur gleich mal gucken, wo in meinem gut aufgeräumten Inventar, da unten, die sich versteckt, dass wir die auch parat haben und vor allem griffbereit, wenn es dann jetzt losgeht. Mal schauen, da haben wir Renatal, hier haben wir unseren guten Freter, sagen wir gleich mal, komm, patrouillieren und Eindringlinge bekämpfen, hier haben wir die Maldraxxus-Armee-Kollegen jetzt rumstehen, sehr schön, und dann müssen wir jetzt erstmal zu unseren Profis eilen und Bescheid sagen, wie das hier vonstatten gehen soll. Wir wollen Schmudligenhof, das heißt, unsere fröhlichen Schrubber, die können Pause machen, die Lady, wir wollen eine legere Feier, nehmt euch frei, sagen wir, haben hier auch gleich ein Instrument der Band gefunden, nehmen wir mit, Junge, so viel wieder, ne, Anfang Gluthof, Stress, 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 die ungehobelten Rowdies können wir hier kaputt hauen, da denke ich gleich an den Hund von Scrubs, hier sind die gefolterten Gefangenen als Belustigung der Gäste ausgestellt, großartig, und hier haben wir den nächsten Kollegen, der ist für die Aufregung, jawohl, die Gäste unterhalten, sehr, sehr schön, hier können wir auch die Aufregung dann pushen, indem wir das Bühnenlicht und so weiter anmachen und justieren, hier können wir auch gleich sagen, im Rahmen der Vorbereitung, Kollege, einmal Abflug bitte, wir brauchen Dreck und Unreinheit, das ist das, was wir heute wollen, also im Grunde muss der ganze Hof die Haut eines WoW-Spielers sein, so wollen wir uns das vorstellen, nochmal ein bisschen schmuddelig, gefährlich geht auch hoch, ich glaube, das ist eher uninteressant, und ich muss es mir verkneifen, hier ständig diese kleinen Dreckhaufen anklicken zu wollen, die triggern einen ja schon, wie sie hier rumglitzern, und wie ich hier nicht aus der Schlammgrube komme, hier haben wir Brechfaust, da sagen wir schön schmuddelig, ja, Pause für die Putzkolonne, wunderbar, der rennt jetzt rum, sagt Feierabend, finde ich super, und dann fehlen uns aber noch ein paar Profis, oder? Haben wir die auch auf der Karte markiert? Konzertbeginn ist da, unter die Gäste mischen für Stärkungseffekte, da könnten wir ganz viel beziehen, unsere eigentlichen Hauptgäste stehen auch schon bereit, finde ich super, und wir hatten jetzt sicherlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur drei Experten, aus dem einfachen Grund, dass wir auch nur drei richtige Affixe dabei haben, und hier könnten wir jetzt sagen, okay, wir nutzen hier nochmal die eine Minute, und pushen unseren Schaden, bevor wir dann zu den eigentlichen Events kommen, denn wenn wir hier sowas hochgehen lassen, wie schmuddelig und gefährlich, das zieht natürlich auch die verschiedensten Kollegen an, die dann eher Bock haben, diese Party zu crashen, und daher, denke ich mal, ist es hier nicht gerade nochmal unseren schönen Tank-Schaden ein bisschen zu erhöhen, wobei, wenn ich solche Konstrukte da sehe, dann werden die sich das vielleicht zweimal überlegen, ob sie herkommen, um auf den Sack zu gehen, selbst da vorne putzt einer, Juge, den Weg, der eigentlich gar nicht mehr zu sehen ist, ja, die Windhöhe und ihre Diener, ne, hier weht noch ein anderer Wind, so, dann haben wir jetzt über 20% Bonus-Schaden, wenn wir hier noch durchgehen, da ist noch eine, und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Ansage, ich habe auch den richtigen Schmuck dabei, jawohl, mit dem können wir auch nochmal reinhauen, dann holen wir da vorne jetzt noch ein bisschen die Schmuddeligkeit ab, und dann geht das los mit den Hof-Events, die wir beim letzten Mal ja eigentlich sehr gut im Griff hatten, nur diese nervige Artenwald-Tante mit ihren Tierchen haben wir nicht bewältigen können, oder nicht bewältigen wollen, weil das geht einfach nur auf die Eier, da ist unser Seuchen-Erfinder, das ist schön, der mixt da schon irgendwas rum, Lady Mondbeere werden wir dann zum Ehrengast machen, und ich glaube, unsere anderen Heinis, sie werden sich hier auch sehr gut amüsieren können, da ist es schon, ey, Lady Mondbeere, du bist ja Ehrengast, yeah, bedeutet das, ich kann alles machen, was ich will, ich hatte die noch nie, ob die hier ordentlich Streiche spielt und so, ich weiß es nicht, das werden wir rausfinden, wir pushen erstmal noch die Aufregung, dass unsere Lady auch zufrieden ist, Leger geht auch automatisch hoch, das ist super, hier die Gefangten, die ausbrechen wollen, werden einfach gerichtet, sehr schön, und ich habe keine Flöte, ist das die Glücksgeige, nee, wir haben, ah ja, die Laute, siehst du, so gut bin ich mit Instrumenten, hier ist deine Laute, das ist eine Geige, oder doch andersrum, ach, nee, Musik höre ich mir gerne an, Freunde, das war es dann aber auch mit meiner professionellen Meinung, hier so eine schöne Blutelfengitarre, und dann brauchen wir noch die Flöte, können uns dann gleichermaßen um diese Rowdies kümmern, und dann haben wir die Band ja auch schon fast an den Start gebracht, das ist super, wo liegt denn die Flöte rum, bei Theotar, da haben wir auch einen Spiegel für aufregend, aber ich würde mich gerne erstmal um das Schmuddelige uns zu kümmern, weil aufregend hatten wir jetzt ja so viele Stationen, plus, das dient einzig und allein Lady Mondbeere, dass das natürlich schon geil ist, aber insgesamt hätte ich natürlich gerne alle Gäste auf einem zufriedenen Level, Renatal ist auch ganz entspannt hier am rumwandern, wir gucken hier mal noch rüber, ah ja, die Essensschlacht, na klar, bisschen Schmuddeligkeit pushen, so, umstoßen, genau, und dann ran hier und schön so ein paar Törtchen werfen, da auf die Wache, zack, und da, wer ist da, die Sibylle ist auch dabei, hier, wunderbar, Lady Mondbeere da vorne am Kämpfen, ja, das gefällt ihnen doch, und eine Torte noch in die Fresse, Junge, was sagt Sibylle, Hunger erwachen nimmer, aber Törtchen helfen immer, das fühle ich auf jeden Fall, Kuchen muss sein, Leute, oder, Kuchen muss sein, an sich lege ich ja auch auf Geburtstage und so, nicht viel Wert, am allerwenigsten auf meinen eigenen, aber, wenn der Kuchen da ist, Freunde, wenn der Kuchen ruft, dann muss man natürlich zuhören, da ist noch Merryless, dadurch, dass sie jetzt hier kämpfen, finden wir leider nicht so viele passable Ziele, die wir bewerfen können, vielleicht da vorne noch die Dienerlein, denn denselben können wir auch ganz so schnell, nicht zweimal bewerfen, wir sehen hier oben, zack, ist tatsächlich unsere Essensschlachtleiste, mit der wir hier, wir können aber weit werfen, hör mal, mit der wir hier arbeiten können, und die haben glaube ich auch alle schon ein Törtchen, gut, jetzt können wir natürlich sagen, wir warten den Moment, bis das ausläuft, das hält irgendwie nur eine Minute, aber vielleicht kann ich auch Gegner bewerfen, jo, das geht, sehr schön, dann muss man auch ein bisschen rumprobieren, hier mit der Essensschlacht, wenn die schon angreifen, dann gibt es ja auch den Konterangriff, das Banner auch noch ein, na klar, das Banner kriegt auch einen Kuchen in die Fresse, da kennen wir nichts, da hinten noch die Gegner, so, Essensschlacht, sehr schön, geht aber gerade gar nicht so viel weiter hoch, kann das sein, die haben auch schon alle eins, Sibylle kann noch mal eins bekommen, jawohl, da kommt Steinkopf, unser guter, mit Hut, guckt mal, schön hier Nobel gekleidet, für unseren Gluthof, finde ich klasse, und sie haben einfach Sibylle getötet, sie haben einfach Sibylle umgebracht, wieso, Emeni ist auch da bei unserer Mördertochter, sehr schön, jetzt haben wir hier, diese Essensschlacht noch fertig gemacht, und dann können wir die anderen noch umstoßen, dann sind wir auch schon fertig, wobei ich glaube, damn, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, aber die Essensschlacht bringt glaube ich nicht nur schmuddelig, sondern auch dekadent, wenn ich mich nicht irre, das ist ein bisschen, ein bisschen problematisch, genau hier wäre nochmal Dekadenz, dann kicken wir hier noch den Tisch oben, dann haben wir die Essensschlacht erstmal fertig, und Lady Mondbeere ist auch tot, nee, das ist ein Abbild von ihr, okay, Lady Mondbeere erstellt Abbilder, die sterben können, naja, dann schlagen wir erstmal diesen Aufstand zurück, das sorgt bestimmt auch für ein bisschen Aufregung, wenn wir hier schön mitfighten mit unserer Riesen-Axt, und dann können wir uns vielleicht ein bisschen entspannter um die Gäste kümmern, wie Steinkopf hier gerade, bam, Junge, schön die Riesenschelle, wie der Great Khali gegen Ray Mysterio oder so, einmal bam, schön in die Phrase, nur bin ich gerade ein bisschen verwirrt, warum das jetzt nur 7% gebracht hat, wo wir doch irgendwie 30 Leute gekillt haben, da bin ich gerade ein bisschen unsicher, warum das richtig sein sollte, aber wir machen erstmal weiter, vielleicht regelt sich das ja noch auch von alleine und so, wir reiten mal außen rum, vielleicht haben wir da noch wen, wir suchen ja auch immer noch das eine Instrument, nur das bleibt einfach eiskalt bei 7% stehen, wieso weiß ich aber gerade auch nicht, brauchen wir irgendeinen speziellen Punkt, muss ich die Spiegel noch benutzen, ich weiß es nicht, Leute, den kriege ich auch nicht mehr, hm, hm, ich bin eigentlich vor allem hier runter in der Hoffnung, dass wir irgendwie noch einen von dieser Putzkolonne finden und dem sagen können, hey, Bruder, so schon mal gar nicht, ne, nicht während meines Schmuddelhofes, hier sind auch nochmal schön ein paar dickere, auch Elite-Mobs, ich glaube, hier sind wir richtig, warum auch immer diese Wache da nicht mitkämpft, kann ich den so ein bisschen animieren, hey, hallo, dankeschön, lass die Schlacht beginnen, ja, er hat halt hinten keine Augen, ne, so sad jetzt, okay, dann hauen wir auch mal ein bisschen rein, Ghoul noch dazu, alles an Bonus-Schaden, was wir kriegen können, wird einfach mitgenommen, dich holen wir auch noch ran hier, mein Freund, der ist ranged, ne, dann grabben, mal Draxus-Banner steht dabei, ja, und das sind so die Passagen, die können einen natürlich maßlos verunsichern, gerade wenn man jetzt irgendwie nicht das beste Gear hat oder kein Tank ist und dann so schon beschäftigt ist mit 300 verschiedenen Events und dann kommt so ein Angriff und dann muss erstmal noch irgendein Elite-Hundi umboxen, ne, und dann zählt das nicht richtig und, boah, guck mal, wie das jetzt hier hochgeschossen ist, ne, eben 10 Leute gekillt, 7% und jetzt hier bam, gleich die 60 voll und der Hundi, der bringt da bestimmt auch 10 oder 20, ne, der drop vielleicht auch wieder ein Item, was wir bei Renata abgeben können oder so, das ist ja auch ganz beliebt und wir haben ja auch noch über 12 Minuten, ne, ist ja nicht so, als wären wir jetzt schon gleich durch hier, sehr gut, auch kaputt gehauen, aber ein spezielles Item gab es jetzt nicht, ne, irgendeinen grauen Stein, sehr cool, 89%, dann hoffen wir mal, dass die hier oben jetzt auch Bock haben, noch ein paar Prozente zu bringen, da ist Renata selber ja auch dabei, der wird ja wohl mal dafür sorgen, dass wir hier Prozente bekommen, sieht gut aus, bisschen Loot, vielleicht ziehen wir noch ein BOE, zack, die hat jetzt wieder nicht gezählt, ach, vielleicht unterscheidet sich das in die, die hier aus den Gefängnissen ausbrechen und die, die wirklich angreifen und von sonst so her kommen und durch die Spiegel und nicht, dann gehen wir hier gleich rein, dann schlagen wir jetzt 7 Fliegen mit 20 Klappen und nehmen gleich diese Rowdies mit, die wir ja auch noch für die aufgeregte Stimmung brauchen können, aber guckt euch unsere Leisten mal an, außer hier unten, dieses Legere, beziehungsweise förmliche, sieht es doch soweit schon mal super aus, die tanzen auch einfach weiter, die lassen sich gar nicht stören, denken sich ganz normaler Hof, ganz normaler Tag hier bei den Kollegen und jetzt haben wir auch das fertig, sehr schön, das ist schon mal super, dann würde ich jetzt gerne gucken, ob wir irgendwo die Flöte herkriegen können, die muss doch auch relativ markant eigentlich irgendwo liegen, da sind jetzt noch mehr ungeladene Gäste, der Hochinquisitor, ach, das ist jetzt wieder der finale Mob, müssen wir gleich mal schauen, wo der rumsteht, ich weiß noch nicht, warum er Pause macht hier, aufregend soll es sein, mein Lieber, erzähl mal noch einen Schrank aus deiner Jugend, enttäusch uns nicht, bei den Spiegeln müssen wir noch gucken, ey, so viel zu tun, aber wo ist denn jetzt auf der Brücke, ja, Lady Mondbeere direkt, da ist Action, Junge, will ich hin, geil, da gucken wir gleich mal mit runter, letztes Mal hatten wir den ja hier ganz oben, oder einmal hatte ich auch so einen Verschlingerangriff, da kamen ganz viele Milben und so aus diesen Rissen, Renatei auch schon dabei, Junge, und dann habe ich den Anführer nicht gefunden, das war dann so ein großer blauer Riese, der stand einfach ganz oben auf dieser Brüstung, Brücke, nenn es wie ihr es wollt, und ich habe den erst gesehen, als es zu spät war, ja, weil das sind natürlich auch manchmal Elite-Viecher, manchmal Rare, aber so ein Rare bekämpft sich ja auch, oder lässt sich manchmal wie so ein Elite bekämpfen, ne, er wäre gern einer, und dementsprechend sollte man da ein bisschen mehr Zeit einplanen, und wenn man die nicht mehr hat, dann ist das nun mal Kacke, Leute, das ist IRL so, das ist in WoW so, das bleibt einfach nicht aus, ne, und den haben wir doch trotzdem wunderbar down bekommen, hier mit unseren Verbündeten, da waren sie dabei an der Front, super Sache, und der droppt auch nochmal ein bisschen Gold, und Renatal ist happy, oder wie sieht es aus, Bro, ich kann den Gluthof schließen, ne, da habe ich nicht so Böcke drauf, okay, das war dieses Event, wir haben einen D-Waff bekommen, er leidet Schattenschaden, wird bei vier Stapeln zu gequält, oha, also umso länger wir brauchen, umso räudiger wird die ganze Geschichte auch, und ich suche immer noch die Flöte, Freunde, wo könnte sie denn sein, das ist natürlich wichtig für das Aufregende, aber, ich habe gerade auch erstmal Lust, hier vorne diese Grobiane noch Platz zu machen, weil bei denen haben wir jetzt auch gerade angefangen, und da haben wir dann gleich auch noch so einen Spiegel, na, gucke, also mit der Aufregung, das haut auf jeden Fall hin, ich glaube, mit der Sauberkeitsstufe haben wir auch bisher einen sehr guten Job gemacht, da können wir hier oben dann nochmal gucken, auf den Wellen, ne, auf den Wehrwellen, ob wir da noch irgendwelche Gräber oder Sonstiges finden, die uns vielleicht auf den Sack gehen könnten, Gefängnisausbruch, ach seht ihr, das waren wirklich zwei Events, das eine war der Gefängnisausbruch, und das andere, das war eben dieser Angriff, das ist ja verrückt, jetzt haben wir hier sogar noch einen Rare, Hof Zermalmer, na dann, mein Lieber, zeig mal, was du kannst, schmuddelig geht auch passiverweise hoch, die Maldraxxus-Heinis kämpfen auch mit, ziehen wir den mal hier rüber, dass wir da vielleicht noch so ein paar kleine Hits bekommen, ja, die werden jetzt nicht den Überschaden rausrotzen, aber wenn wir die mitnehmen können, Freunde, dann nehmen wir die mit, ganz einfach, dafür haben wir die ja angeheuert, dafür bezahlen wir die, und das sieht auch insgesamt ganz gut aus, jo, schön noch ein Schmetterstoß mit rein, der kotzt jetzt so ein bisschen, Arnie mal, aber er trifft uns nicht, oh, okay, nochmal aufgesplittet in Bällchen hier, die heftigen Mechanics, ne, hat mehr zu bieten, als der erste Boss in den Hallen der Süne, Junge, ha, ha, crazy, der ist auch kaputt, wunderbar, und wir haben einen uralten Sündenstein gedroppt bekommen, den können wir zerschmettern, das gibt Leger, oder wir bringen ihn zu Renatal, um einiges über die Vergangenheit zu lernen, ja, wir machen den kaputt, ne, Leger vorne, locker Leger, bam, erstmal hier ein uraltes Relikt kaputt ballern, jawohl, Partyhard, wir werfen mit Heizkörpern und so, ne, und in Revendreth, da macht man einfach den Sündenstein kaputt, hier ist auch noch ein Spiegel, den gucken wir uns jetzt einfach mal an, Siegel brechen, was kommt da raus, irgendeine einfallende Kreatur, ein Elementar, äh, welches überhaupt keinen Schaden bekommt, doch jetzt, es musste erstmal ankommen, okay, ja, damit können wir uns arrangieren, das ist kein Problem, da kommen also auch Viecher raus, na, wenn man da genügend Spiegel kaputt haut, dann kommt doch sicherlich am Ende auch noch irgendein Rare oder so, also, auch aufregend ist sehr gut gepusht, ich würde halt noch sehr, sehr gerne die Flöte langsam finden, weil die Band ist natürlich der Haupt-Act, das Haupt-Event, ja, von unserem, unserem Event, das wir vorher gewählt haben, ne, mit dem verschütteten Kelch, oder wie sie sich nennen, war auch eine mega geile Quest, die zu rekrutieren, musste man auch die Instrumente finden und so, ne, und ihre Seelen verstärken, und jetzt haben sie das alles wieder verloren, ey, so sad einfach, wo haben wir denn noch nicht genau geschaut, hier unten eigentlich, ne, ich könnte mir vorstellen, dass die Flöte irgendwo da unten liegt, wir brechen aber erstmal hier das Siegel, auch von den Verschmähten sogar, gucke da, wir müssen wieder einen Moment warten, bis der richtig angreifbar ist, das ist jetzt der Fall, sehr schön, dann gibt es auch hier erstmal, bam, Junge, schön mit Ghul und den Atrius-Schmuckstück, Todesstoß, an Todesstoß, wunderbar, da oben wird auch gekämpft, ich finde geil, wo die das Banner immer auch herziehen, da steht so ein riesen Banner auf einmal neben dir, bam, Junge, geil, so, wir gucken erstmal hier drüben, hier sind noch so ein paar Grobiane, die zählen aber auch nicht mehr für das Event, die sind jetzt einfach lieb, das sind die Libiane jetzt geworden, hier ist auch noch ein Spiegel, ah, Junge, bevor wir den vergessen, waren wir auch nochmal auf, aus Maldraxxus hier, ein fieser Geselle, seht, Maldraxxus Zorn sagt da, ob sich hier einer einfach ausgeruht hat, und sich dachte, meine Flöte, die lege ich hier unten mal hin, die haben glaube ich, wirklich untere, untere, unterschiedliche Positionen jedes Mal, also, kann schon sein, dass die Instrumente an sich, sich die Spawnpunkte teilen, ja, oder, ich sag mal, zwei, drei fixe Punkte haben, bei mir gibt es die tollsten Sachen, oha, nächstes Event hier, mit Lady Mondbeere wird das zusammenhängen, und trotzdem, merke ich sie mir nicht, geil, oder, ich will die Flöte, Leute, die eine Flöte, die Flöte, sie jetzt zu brechen, ewig zu binden, und so weiter, so, das war hier der Ascheghul, dann hatten wir jetzt glaube ich, hallo, so lange desorientieren, ich glaub's ja wohl, dann hatten wir jetzt glaube ich, aus jedem Reich einen, oder, aus der Bastion hatten wir den Kollegen, Revendreth, gerade mal Draxus, gut, Ardenwald nicht, ne, dafür so ein Elementar aus dem Schlund, aber, ich will lieber, die Flöte haben, was gibt's da, schmuddelig, der Insektenvernichter, okay, ich dachte Verstärker, seid vorsichtig damit, ich würde nur ungern sehen, dass eure Kleidung ruiniert wird, naja, gucken wir mal, Insektenvernichter, bam, oh ja, schön, wir lassen die platzen, alles klar, na dann kombinieren wir dieses Event mal, mit unserer Flötensuche, Freunde, ist das nicht geil, seit ungefähr sieben Minuten, ist jedes zweite Wort irgendwie Flöte, absolut großartig, so, die ist auch kaputt, was ist mit der da oben, keine Lust mehr, oder was, jetzt doch, zack, wunderbar, die Glutmücken, ja, so bekämpft man das im Artenwald, ne, solche, solche Krisen, aber, ne richtige Flöte, hab ich jetzt hier leider nicht gefunden, was schade ist, was sehr, sehr schade ist, aber vielleicht weisen uns die Glutmücken ja den Weg, das werden wir unweigerlich herausfinden, oh hier, mit Kettenblitzen mäßig, Junge, zack, ha ha ha, Hashtag mit Kettenblitz mäßig, man kennt es sehr genau, einfach gleich mal übergesprungen, das ist natürlich super, ah nein, war er jetzt noch immun, als das Denatrios Schmuckstück reingeballert hat, das ist aber auch bescheuert, oder, das ist doch safe nicht so gewollt, warum sollten die denn eine Weile immun sein, aber mich können sie schon angreifen, das ist doch wieder nur Verarsche, Freunde, ich bin ja auf dem Bluthof jahrelang nur belohren und bedrohen worden, da sind wir wieder, ach und gucke, wir könnten auch dieses Netz nehmen und die einfangen, das wäre dann die normale Art hier, diesen Mückenherz zu werden, von denen will ich auch nicht gestochen werden, bei all meinen Allergien, Junge, dann irgendwelche Käfer aus dem Totenreich, weißt du, da bin ich aber sowas von gar nicht dein Freund, wenn ich die sehe, und da ist mir relativ egal, wie die sterben, Hauptsache sie sind weg, Hauptsache sie sind nicht mehr da und können mich stechen, hier sind auch noch ein paar, gleich wieder ran hier, zack, die nächste weg, jawollo, und es dauert ein bisschen länger das Event, als mir lieb ist, um ehrlich zu sein, dadurch, dass sie gerade nicht so schön zusammenfliegen und wir relativ nah ran müssen, damit dieser Indikator das auch sieht und richtig hinbekommt, hier, aber ach, guck mal da, die alle, Mann, jetzt fliegen die wieder auseinander, das war doch so schön, wie die gerade zusammengehockt haben, da die zum Beispiel, komm schon, ah, leider nur die eine, okay, da müssen wir aufpassen mit den Grobianen, dass sie gleich wütend werden, dann sind sie doch wieder grob, die Rückkehr der Grobianen, Freunde, es war eine tolle Zeit mit ihnen, so, die noch und die noch, würde ich sagen, oder, und dann haben wir das doch auch, jawollo, Partystörer, schön nochmal schmuddelig nach oben, wunderbar, das mit aufregend ärgert mich halt, zumal die Chance relativ hoch ist, dass ihr diese Flöte schon gesehen habt, aber es ist jetzt, neben den Spiegeln, die wir noch öffnen könnten, auch Legit, das letzte Event, was uns fehlen könnte, vielleicht im Turm, im Turm, oder hier noch bei den T-Gesellschaften, könnte das sein, wir gucken mal, eigentlich, obwohl sie so klein sind, leuchten die Instrumente ja doch ziemlich markant, das muss man ihnen an der Stelle ja lassen, da haben wir nur einen Spiegel, jetzt ich hier mit dem riesen Gorm-Mount, das kommt doch ja wieder nicht über Stock und Stein, scheiße, hier liegt auch manchmal was, aber nein, ist nicht der Fall, und er wird auch wohl nicht hier die Flöte irgendwo liegen gelassen haben, oder, war ja ein schönes Groupie-Event im Turm, oder was habe ich verpasst, wenn das so sein sollte, ich glaube, heute ziehen wir mal die Botschafter-Reserve, weil das macht mich ja Körre, das macht mich ja fertig mit der Flöte, wenn wir die jetzt hier nicht finden sollten, hmm, seltsam, sehr, sehr seltsam, dann checken wir da nochmal den Spiegel, ich meine, wir haben ja trotzdem super Werte, so ist es nicht, also selbst wenn wir die Band jetzt nicht fertig ausstatten können, dann haben wir ja insgesamt trotzdem, oh, da ist die Ardenwald-Tante, okay, dann haben wir ja trotzdem insgesamt eine sehr gute Session hier bieten können, ne, da müssen wir uns jetzt nicht so den Kopf machen, aber einen warmt natürlich trotzdem so diese Unvollständigkeit dann, ne, man hätte das einfach gerne mit Hand und Fuß alles fertig, aber wo sollen wir noch gucken, da bleibt ja nur der Tee da vorne noch, oder eben, wo wir vorhin angegriffen wurden, wo wir den Angriff zurückgeschlagen haben, die Kollegen hier hätten auch noch so ein kleines Event für die Dekadenz, das wäre dann eher wichtig, wenn die Gräfin zum Beispiel zu Gast wäre, Maryless ist damit beschäftigt, gegen den Kuchen zu kämpfen, so kennen wir ihn, aber die Kackflöte, Leute, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es nicht, ich habe mal einen nervösen Finger an der Reserve, weil die will ich wirklich haben, aber wo sollte sie noch sein, wo sollte sie sein, die Laute haben wir ja auch da vorne gleich gefunden, es ist auch ein Vulbra, der die Flöte hat, ne, es ist also auch eine sehr kleine Flöte, Füllelöte, man kann sie mit einem Fuchsmaul spielen, und das macht es für uns jetzt nicht unbedingt leichter, da ist noch ein Spiegel, nehmen wir den halt noch mit, vielleicht kommt da jetzt der Überboss raus, so, naja, oder auch nicht, wisst ihr, was wir mit dem machen, den versklaven wir jetzt einfach, zack, oh, geht nicht, oder war er nur immun noch, warte mal, das muss doch gehen, das war ganz normaler, wollte ich sagen, ganz normaler, nervender Kollege hier, aber rein flötentechnisch, Leute, ich sag mal, es sieht nicht wirklich gut aus, ne, es sieht wirklich nicht gut aus, ich will jetzt auch die Reserve nicht wasten, ne, stellt euch vor, wir ziehen die rein, und finden die Flöte dann trotzdem nicht, wie ärgerlich wäre das denn, ich weiß auch nicht, wo wir noch gucken sollen, ganz oben, ob hier oben irgendwie auf der Mauer war, oder so, das könnte natürlich auch sein, ne, da ist noch ein Spiegel, wir pfeifen uns, die jetzt reinkommen, dann nehmen wir, wenn es nicht klappen sollte, wenigstens den Spiegel da unten noch mit, aber das ärgert mich, ne, das wurmt einen bis zum Gehtnichtmehr, Leute, ganz ehrlich, hier oben, hier haben wir auch noch so ein paar Tische, aber warum sollten die den hier hinstellen, den Flöte, wisst ihr, ich weiß es nicht, da ist noch irgendein Tisch, aber da ist auch keine Flöte, oh Mann, wieso, wieso, dann können wir uns noch den Spiegel, schade, das ist, das ist wirklich sehr, sehr schade, also die Band spielt jetzt keinen coolen Track, ne, das ist nicht irgendwie wie die Torrent Schieftains oder so, die dann um die Ecke kommen und wirklich irgendein Lied zum Besten geben, was dann richtig geil ist oder so, aber ist natürlich trotzdem schade, dass wir das jetzt als eigentlich einziges nicht bekommen haben, das macht mich sehr sad, Leute, aber vielleicht wird meine Trauer gleich durch Heiterkeit ersetzt werden, ja, wenn wir geilen Loot bekommen und davon gehe ich einfach aus, weil auch ohne die Band haben wir wirklich gut Punkte gesammelt und ich werde mir dann wohl nochmal angucken, wo die Spawnpunkte für die Flöte und so weiter, sind, vielleicht sehen wir die auch jetzt noch so, in der letzten Sekunde, in der letzten Sekunde sehen wir die jetzt noch irgendwo aufblitzen, das wäre auch so geil, ist halt auch einfach so eine längliche Form, ne, wenn die sich irgendwo überschneidet, dann siehst du die halt auch nicht, wenn die jetzt unter so einem Kuchen lag oder so, ne, dann kriegst du das ja gar nicht mit in der Form, einfach weil sich das, ja, überlappt, ne, hier ist sie anscheinend auch nicht, aber einen Erfolg haben wir bekommen, schade, schade, Randal und Knüppelfratze, gut, die sind nicht ganz so mega happy, aber damit müssen sie jetzt leben, ne, die hatten glaube ich auch nur einen Affix, waren das die, die es nur schmuddelig wollten und dann sind die nur zufrieden, ja, die ärgern sich, dass ich die nicht zum Ehrengast gemacht habe, ne, ansonsten wieder alle super begeistert, ja, dick über 7000 Punkte, so wollen wir das sehen, damit können wir sehr, sehr gut leben und dann gucken wir uns das jetzt nochmal an hier und zwar fangen wir an mit der Maldraxxus Kiste, oh, da sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, der Gluthofruf, Ruf bei unserem Seuchen Erfinder selber, wir haben einen bestrahlten Schleim, das ist wieder so ein World Buff, ne, der ist wie so ein Dorneneffekt, dann haben wir noch einen anderen Buff, der dafür sorgt, dass wenn wir getroffen werden, der Angreifer einen Dot bekommen kann, wir kriegen eine Schleimprobe, wir leuchten eine Stunde lang und wir kriegen einen T-Mock Hammer, den ich schon habe, okay, ja, also das ist halt Stufe 1 Gast, ja, oder ein Stufe 1 Gast, der kann halt, glaube ich, auch gar nicht so den Überloot mitbringen, was haben wir hier Schönes, wir haben Gluthofruf, Rande und Knüppelfratzeruf, einen Sack mit Glitzerzeug und ein Taschenreparaturset, cool, ja, der Loot hält sich bisher in Grenzen, die sind alle traurig wegen der Flöte, ne, wir haben außerdem, oh, no, es ist nur ein Buff, wir haben wieder Ruf und Ruf und ein Buff von Lady Mond, Beere, verringert den Radius, wenn dem Gegner euch entdecken, erhöht den durch Weltquests erhaltenen Ruf um 10 und sorgt dafür, dass Angriffe gegen euch eine Chance haben, den Angreifer für 4 Sekunden festzuwurzeln und ihm Schaden zuzufügen, nur im Ardenwald aktiv, und noch die Truhe aus Raven Dress, wenn ich es richtig sehe, von unserem Steinkopf, jawollo, geil, ein Schlamm verkrusteter Dolch, Beute mit Glitzerzeug und, äh, nach Erlass erlangt den Status des besten Kumpels, bei weniger als 50% Gesundheit, habt ihr eine Chance, Steinkopf zweitbeste Kumpel zu Hilfe zu rufen, da war ein Tag, na gut, Freunde, äh, wieder nicht, komplett erfolgreich, ich werde jetzt mal gucken, bei Wowhead und Co., ob irgendwo die Spawnpositionen, diese Items zu finden sind, oder, vielleicht bin ich auch wirklich schon 10 Mal dran vorbeigeritten, weil die anderen beiden sind ja richtig ins Auge gestochen, ja, und dann diese Kackflöte, ich raste aus, ich glaube, das hat den Braten nicht fett gemacht, weil die Gäste selber waren ja überwiegend sehr zufrieden, und Lady Mondbeere hatte einfach keinen Bock zu gönnen, insofern war es trotzdem ein schöner Hof, ja, mit vielen, vielen verschiedenen Events, und dementsprechend war das schon recht erfolgreich, Erfolg haben wir ja im wahrsten Sinne auch bekommen, seid ihr Gast, einmal jeden, den wir einladen können, auch wirklich dabei haben, und dann haben wir jetzt erstmal ein wohlverdientes Päuschen, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, irgendwie belohnungstechnisch, wirklich Ebbe, seit ich das eine Mal dieses Mount gezogen habe, seitdem überall eher so, ja, nimm zum zehnten Mal denselben T-Mock Hammer, das ist nicht so der Hammer, aber auch damit müssen wir umgehen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, und tschau's!